Kopf-Laute Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe der Kopf-Laute, ein Experimental-Podcast mit Kunstkopfaufnahmen, mit 3D-Sound. Ich bin Henry aus dem Schmalzstullenministerium. Ja, was werde ich hier tun? Ich werde hier verschiedene Geräusche, Klänge aufzeichnen, mithilfe von zwei Mikrofonen, die ich hier so aufgebaut habe, dass es hier eine sehr einfache Unterscheidung zwischen links und zwischen rechts gibt. Also zwei Mikrofone, die jeweils eins der beiden Ohren aufnehmen. Und für die erste Ausgabe habe ich mir... Achso, vielleicht sollte ich noch kurz erklären, warum ich das mache. Ich habe festgestellt, dass es auf YouTube sehr viele von diesen Sounds gibt und dass man die sich sehr gut anhören kann, wenn man ein bisschen Entspannung braucht, um schwierige, knifflige Aufgaben zu lösen. Ich höre das sehr gerne bei Konstruktionsaufgaben, die ich am Rechner zu suchen habe, wenn ich Teile konstruiere, einfach um meinen Gehörsinn mit irgendwas zu füttern, dass er beschäftigt ist und was mir Konzentration gibt. Für all the people who don't speak German, there's an explanation about this podcast in the description below, if you're listening to it on YouTube or you can read the articles right in the blog containing this podcast. Für die erste Ausgabe habe ich mir was genommen, was ich denke, was vielen Leuten auch sonst gefällt. Ich habe hier ein bisschen aufgeräumt und in einem Karton ein bisschen Verpackungsmaterial gefunden. Und das ist nicht irgendwelches. Nein. Es handelt sich um Knackfolie. Sch 슬 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.